Technisch gesehen war es noch nie so einfach, Filme selber zu machen. Doch wohin damit? Filme zeigen unter Gleichgesinnten, unabhängig von Genre und Kategorie. Alle Filme und AV-Schauen bis 15 Minuten sind willkommen. Jeder kann mitmachen, seinen eigenen Beitrag einreichen und andere kommentieren. Na los, zeig uns, was du drauf hast. Zeig uns den Filmemacher in dir. Wachsen und weiterentwickeln in einer starken Gemeinschaft. Der offene Wettbewerb für selber Filmemacher und solche, die es werden wollen. Ab sofort deinen Beitrag einreichen und mitdiskutieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017